Mehrere Stunden am Tag trainiert er in diesem Fitnessstudio in Kabul. Nisa Ahmed Bahave ist einer von 25.000 Afghanen, die die Kampfsportart Taekwondo ausüben. Aber er ist mehr als nur einer von vielen. 2007 wurde er Vize-Weltmeister in der Kategorie unter 72 Kilogramm. Ich war fast zehn, als ich mit Taekwondo anfing. Ich mochte Boxen und Kampfsportfilme. Ich wollte schon immer Wettkämpfe bestreiten und eine Olympiamedaille holen. Es erfordert viel Einsatz, um in einem Land mit so wenig Angeboten ein Top-Athlet zu werden. Das private Studio, in dem Bahave trainiert, hat nicht einmal Duschen. Aber wahre Talente setzen sich durch. Rohulan Nikpay ist erst 20 und schon als zweite Afghane im Taekwondo für die Spiele in Peking qualifiziert. Ich habe schon an vielen internationalen Wettkämpfen teilgenommen. Mein erster war im Iran und dort habe ich gewonnen. Ich habe auch schon einen Titel in Indien geholt. Nikpay wurde Zweiter in der Olympia-Qualifikation für ganz Asien. Und zusammen mit Bahave hat er ein 45-tägiges Trainingslager in Südkorea absolviert, der Geburtsstätte des Taekwondo. Dank der Vorbereitung durch den afghanischen Taekwondo-Verband hoffen wir, dass diese beiden Athleten Medaillen bei den Spielen holen. Schließlich haben sie schon Titel bei Turnieren in Asien und im Rest der Welt gewonnen. Von olympischem Gold träumen können die beiden, von Reichtümern nicht. In Afghanistan kriegen Spitzensportler ganze 14 Dollar pro Monat an staatlicher Unterstützung. Auf Wiedersehen. Bis dann weiter. Vielen Dank.